Hallo zusammen, hier ist die Deutsche Land, ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide Video präsentieren. Wir wollen uns heute mal ein bisschen ein nischigeres Thema anschauen und zwar soll es um T-Mock gehen und da möchte ich euch gerne eine Seite vorstellen, die uns das Leben so ein bisschen erleichtert und ich würde sagen, da gucken wir jetzt einmal rein. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon, ich habe die in dem einen oder anderen Stream schon mal so ein bisschen verwendet, beziehungsweise in meinen Waste Videos bin ich da auch ab und an aktiv drauf und zwar schimpft sich die Seite WayWithThing. Die hat sehr sehr viele Funktionen und wirklich sehr viele Funktionen, vielleicht nutze ich davon 10-15% der Funktionen, eventuell könnt ihr davon auch mehr brauchen. Denn zweierlei Sachen, die ich nutze, die ich euch jetzt gleich am Anfang mal zeigen will und dann gucken wir uns das ein bisschen genauer an, ist eine Option, wo ich sehen kann, was ich bei bestimmten Chars quasi an Items rumliegen habe, die ich upgraden kann und auch gleich schon sehe, okay, habe ich noch Katalysator Charges, kriege ich dadurch ein T-Mock, wie viele Marken habe ich und wenn ihr wie ich jetzt viele Charaktere habt, ist das eine sehr nette Übersicht. Das könnt ihr für alle Klassen machen, dann seht ihr die ganzen Items, die quasi die Währungen, die ihr habt und schön mit Symbolen, okay, habe ich genug, muss ich noch was farmen, bin ich knapp dran, kann ich da eventuell was upgraden. Das ist das eine, was ich euch vorstellen möchte und das andere, was ich auf der Seite nutze, ist eine Option, die automatisch quasi alle Items rausfiltert und zwar EU-weit, die ich als T-Mock noch brauche. Und mir dann direkt den günstigsten Server anzeigen und je nachdem, wie ich es halt hier oben einstelle, kann ich mir auch alle Server anzeigen lassen und auch die Preise quasi präsentiert. Und somit kann ich, wenn man wie ich zum Beispiel mehrere Accounts hat oder ihr jemanden kennt, der mit euch ein bisschen Gold hin und her handelt, könnt ihr quasi nahezu international, also zumindest wenn ihr wie ich auf dem EU-Server spielt, komplett auf EU-Shoppen gehen und immer natürlich deutlich günstigere Angebote kriegen, weil wenn auf eurem Server ein Item jetzt für 200k drin ist und auf irgendeinem anderen Server das Item jetzt für 60k drin ist, dann spart ihr natürlich einen Haufen Gold, falls ihr jetzt in so High-Value-Items quasi investiert bzw. halt die für eure eigene Sammlung kauft. Also das ist eine praktische Sache, vor allem, dass wenn ihr eure quasi WoW-Daten hier hochladet, euch das natürlich filtert und nur die Sachen anzeigt, die ihr selber noch braucht. Bei mir jetzt, wie ihr hier unten seht, sind es jetzt aktuell 60 Items, die auf komplett allen EU-Reams aktuell verfügbar wären, die ich für meine Sammlung brauche. Also bei mir ist das relativ limitiert. Ich vermute jetzt mal, bei euch werden das ein paar mehr Items sein und da kann man doch das ein oder andere super Schnäppchen schießen. Genau, die zwei Sachen wollen wir uns angucken und dazu würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf die Base-Seite und dann zeige ich euch das jetzt mal so im Grund. Also das allererste, was ihr natürlich machen müsst, ihr müsst auf die Seite VeryThing gehen und hier macht ihr euch einen Account. Das ist wie bei den meisten Seiten, Account erstellen, ich denke mal, ist relativ selbsterklärend. Als zweites müsst ihr quasi eure Daten auf diese Seite bringen und das macht ihr, indem ihr hier auf diesen Button klickt, Update, hier Add-on, und dafür braucht ihr natürlich erstmal ein Add-on, sonst kannst du diese Daten nicht ziehen. Und dieses Add-on heißt WoW-Think-Collector und das ladet ihr euch halt runter. Ich mache das über Curse, aber ihr könnt es wahrscheinlich auch auf anderen Wegen finden. Und ja, wenn ihr das Add-on drauf habt, dann habt ihr quasi in eurem WoW-Ordner, da seht ihr hier diesen Dateipfad, habt ihr quasi eine Datei und diese Datei könnt ihr quasi hier auswählen. Klickt ihr halt den Dateipfad durch und könnt ihr hier hochladen. Und ja, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die ich mittlerweile nutze. Ihr könnt euch auch ein Programm draufladen und dieses Programm tut das dann automatisch updaten, jedes Mal, wenn ihr ausloggt. Ist die nettere Sache, weil sonst müsst ihr halt manuell das immer hochladen. Könnt ihr natürlich auch machen. Mit dem Programm ist das eine bisschen angenehmere Sache. Ist hier relativ gut erklärt. Also die beiden Möglichkeiten habt ihr. Und sobald ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier auf My Page gehen und dann habt ihr eure kompletten Charaktere hier stehen. Auch meine Level 10er Chars, mit denen ich auf verschiedenen Servern einkaufe, aber alle möglichen, also Cover nennen, alles dabei. Und dann habt ihr diese ganzen Daten. Hier auf dieser Seite habt ihr alles mögliche und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe das allermeiste nicht durchgeguckt. Ich benutze nur wirklich diese Nischensachen, die für mich relevant sind. Aber vielleicht gibt es auch für euch andere Geschichten, die dementsprechend praktisch sind. Also man kann hier seine ganzen Currencies angucken. Man kann auch das Gear von den ganzen Chars angucken. Schauen, was die Taschen haben und irgendwelche Lockouts, die ihr habt. Was ihr mit den Chars im Plus gemacht habt. Auch verschiedene Seasons, die ganzen Berufe. Also hier gibt es sehr, sehr viele Geschichten, die ich auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich tief reingeguckt habe. Hier auch irgendwie ein Progress von den Chars. Das ist schön zu haben. Ich persönlich brauche es jetzt nicht. Ich nutze wirklich aktuell nur diese zwei Sachen. Man hat hier auch, glaube ich, das Gold kann man irgendwo angucken. Und auch eine Statistik, wo man wie viel Gold hatte und so. Alles nice to have, aber ich nutze wirklich nur die zwei Geschichten. Und zwar bei Items und dann Convertibles. Und das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Also wir sind jetzt hier unter Items, Convertibles. Und ja, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir quasi sehen können, okay, welche Teile haben wir hier schon von unserem Set. Und dann sehen wir die verschiedenen Chars, die dementsprechend einen Sohnslot haben. Und ja, hier seht ihr zum Beispiel, habe ich bei dem Monk dreimal ein Handgelenk. Und ich müsste das halt upgraden. Also dieses Plus steht hier, Upgrade das Item, dass wir das T-Mock kriegen. Denn ich habe das anscheinend schon mal in den Katalysator reingepackt. Und hier ist das auch der Fall. Also hier Klasse Monk steht dran. Und ja, dann sehe ich hier quasi, wie viele Flugsteine ich habe, wie viele von den Traumwappen ich habe. Und das reicht ja noch nicht ganz. Ich müsste halt noch ein paar mehr farmen. Das sehe ich damit halt schon mal. Und hier bei diesem Item, das ist schon Stufe 4,57. Und ich meine Normal Gear, also wir sind hier im Normal Track. Wenn ihr es in den Katalysator packt, braucht ihr 4,53. Und dann wird es quasi zu einem Normal Tier Set. Heißt, das Item ist schon hoch genug. Deswegen ist hier kein Plus dran. Und hier ist einmal ein Wirbel dran. Heißt, Katalysator Charge habe ich aktiv. Seht ihr, ich habe hier drei Katalysator Charges. Heißt, alles, was ich machen müsste, ist nur noch zum Katalysator gehen, das reinpacken. Und dann wird es direkt zum Tier Set Item auf dem Normal Modus. Wenn ich es dann noch upgrade, seht ihr hier im HC, dieses Item kann ich sogar noch auf HC upgraden. Also die nächste Stufe kriegen Items immer bei 5 von 8. Also wenn ich ein LFR Item habe und das LFR Baseline ist und das bei 5 von 8 ist, dann ist es auf Normal. Und die Items, die quasi im Normal starten, wenn ich die auf 5 von 8 hochbastle, dann werden sie HC. Und wenn ich ein HC Item habe und das bei 5 von 8 habe, dann wird es zu müde. Das ist immer die Dinge. Also ihr könnt kein Item von LFR bis nach Mythic hochgraden, um dementsprechend euer jeweiliges Set zu kriegen. Oder auch für Non-Set Items aus dem Raid gilt das natürlich auch, wenn ihr die verschiedenen Aussehen haben wollt aus den verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ihr könnt immer quasi LFR und Normal mit einem Item mitnehmen, Normal HC mit einem Item und HC mit Mythic. Aber das hatte ich glaube ich auch schon mal in einem anderen T-Mock Video erklärt. Bloß jetzt hier nochmal zur Klarstellung. Gut, ja. Also seht ihr, hier könnte ich zum Beispiel sagen, ich wandle das jetzt um, nehme mir das in HC T-Mock mit, farm dann noch ein paar HC-Marken und nehme dann das im HC T-Mock auch noch mit. Wenn ich es erst upgraden würde und dann den Katalysator packe, dann kriege ich nur das HC T-Mock. Deswegen solltet ihr erst immer in den Katalysator packen und dann dementsprechend in, ähm, und dann erst upgraden. Außer es ist ein Non-Set-Teil, wo ihr quasi auch ein T-Mock kriegt, in dem ihr es so upgradet. Dann, ähm, könnt ihr jetzt zum Beispiel ein normales Item aus dem Raid quasi einmal upgraden. Dann kriegt ihr quasi das, wenn ihr das Item gedroppt bekommen habt, das normale Raid aussehen. gradet es dann ab, bekommt dasselbe HC aussehen und dann könnt ihr es in den Katalysator machen. Dann kriegt ihr zwar das normal Tier-Set aussehen, nicht aber halt, ähm, quasi zumindest das Aussehen von dem normalen Item. Aber das sind dann noch Spielereien, wo man so ein bisschen gucken muss. Da kann ich euch gleich auch nochmal ein Beispiel zeigen. Ich habe jetzt, ähm, selber schon die meisten Klassen soweit fertig gemacht. Also wenn ihr zum Beispiel hier jetzt im Normal und HC oder im Normal oder LFR alles einmal fertig habt, dann blendet euch die ganzen anderen, ähm, Chars aus, weil ihr dann ja nichts mehr zum Upgraden habt. Könnt ihr jetzt sehen, ich habe jetzt hier schon einiges, ähm, quasi fertig gemacht. Zum Beispiel beim Parler habe ich jetzt hier noch ein Item und solange eine Reihe noch offen ist, werden trotzdem alle Chars, äh, alle potenziellen Chars angezeigt. Genau. Ähm, was man vielleicht jetzt, was ich euch auf dem Main zeigen kann, ne? Ich habe relativ viele Drillen, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Das Schöne ist, es zeigt euch immer die Marken an, die ihr braucht, ne? Also jetzt hier im, ähm, Normal-Bereich werden mir quasi Traumwappen des Weltens und die des Drachens angezeigt, die Flugsteine und die, ähm, quasi Charges vom Katalysator. Im HC haben wir dann ebenfalls Flugsteine, Charges vom Katalysator und hier haben wir dann die Drachenwappen beziehungsweise die Traumwappen und im Mythic-Modus ist dann hier oben Würm und dann natürlich Aspekt mit dabei. Und auch, seht ihr, das geht hier hoch bis dementsprechend auch im Mythic-Modus, wenn ihr hoch genug Items habt. Und da seht ihr auch wieder das, was ich vorhin erklärt habe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein 470er-Item. Das ist, ähm, bei 2 von 6, ne? Also die HC-Dinger gehen natürlich nicht mehr bis hoch 8. Und, ähm, das Item könnte ich jetzt zum Beispiel in den Katalysator packen, wird theoretisch direkt das T-Mock vom Tierumhang bekommen. Und hier oben ist es dann auch nochmal drin, wenn ich es umgewandelt habe und noch upgrade, dann kriege ich natürlich auch noch das Mythic-Item. Das gilt auch für die Handgelenke. Für die Schuhe gilt es hier nicht, denn, ähm, die Schuhe sind bei 4 von 8. Und zwar ist das der Normal-Track, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ja, und, ähm, dementsprechend, wenn ich die jetzt, ähm, einmal hier umwandle, dann, und, äh, dann kriege, dann würde ich dementsprechend nicht das, ähm, würde ich dementsprechend nicht das HC-Aussehen kriegen, sondern ich müsste es erst noch upgraden, ja? Die sind auch hier unten drin, ne? Da kann ich quasi, wenn ich sie umwandle, kriege ich es Normal-Aussehen und dann, wenn ich sie dann upgrade, auch noch das HC-Aussehen, wenn sie auch noch in den Katalysator reinpacken. Gut, ähm, ich kann euch jetzt auch noch was zeigen, warum es bei manchen Items sinnig ist, das vielleicht zu überdenken. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal ingeben, das sieht man nämlich da ein bisschen besser. Die Seite an sich ist jetzt nämlich nur auf Sets aus, wenn ihr auf alle T-Mocks aus seid, dann, ähm, macht es vielleicht Sinn, das ein bisschen anders zu handhaben. Wenn ich jetzt hier gucke, ich habe das Add-on drauf, all the things, und es zeigt mir bei dem Item jetzt oben an, dass ich es gesammelt habe, aber nur 50% habe ich gesammelt. Und das hier ist ein Item, unten seht ihr es im Text, ne? Aus einem Midrassil, Normal, und dann dementsprechend steht danach der Boss, Tindral. Und, ähm, dieses Item ist ja ein Raid-Item und dementsprechend hat es ein Normal-Aussehen und wenn ich es upgrade, dann hat es auch ein HC-Aussehen. Wenn ich das jetzt in den Katalysator reinpacke, dann, ähm, würde ich jetzt das Normal-Aussehen kriegen und wenn ich es dann quasi auf 5 von 8 upgrade, kriege ich, ähm, dann auch das HC-Aussehen, ähm, vom Katalysator, also vom Tier-Set. Das können wir uns jetzt auch mal kurz angucken. Heißt, ich packe das jetzt rein. Wenn ich es jetzt in den Katalysator packe, dann kriege ich quasi Tier-Set, ihr seht hier, Belebungskatalysator, Normal. Ähm, wenn ich es, äh, quasi dann upgrade, kriege ich das HC-Set auch vom Belebungskatalysator, also das Tier-Set, ähm, im HC. Aber ich kann dann halt nicht mehr, äh, das normale Aussehen bekommen, was, ähm, ja, was vom Boss im HC ist. Deswegen werde ich es jetzt zum Beispiel bei den Schuhen so machen, dass ich, äh, die Schuhe nicht in den Katalysator packe, sondern, ähm, ich werde die nochmal upgraden, um quasi von Tindral das HC-Item noch zu kriegen und werde es dann in den Katalysator packen, um das HC-Set zu kriegen. Nein, habe ich zwar nicht das Normal-Set, aber ich habe hier zum Beispiel noch andere Schuhe, oder ich habe einige Schuhe, wo haben wir sie? Ähm, zum Beispiel hier die von der Superblüte. Das ist ein Non-Raid-Item. Und ihr seht, das hier ist oft gesammelt. Da gibt es nichts mit 50%. Egal, wie hoch ich das upgrade, ich kriege quasi kein anderes Aussehen, weil Superblüte gibt es kein Normal-HC-Mythic irgendwas, sondern Superblüte hat nur ein Aussehen. Heißt, wenn ich das jetzt in den Katalysator packe, kriege ich das Normal-Teil, egal, wie hoch ich es upgrade. Somit kann ich zum Beispiel, ne, Non-Set-Teile direkt in den Katalysator, und habe dementsprechend dann, ja, verliere kein Aussehen. Deswegen ist die Kombination aus Older Things, wo man so ein bisschen das sieht, ob man noch ein zusätzliches Aussehen rauskriegt, auch unabhängig vom Katalysator, recht praktisch kombiniert mit View of Thing, um einfach ein bisschen Überblick zu haben. Genau, also das nutze ich dafür. Ich habe es auch schon bei manchen Items verkackt, sage ich euch ganz ehrlich, vor allem, wenn ihr so viele Charts wie ich habt, und dann liegt alles Mögliche rum, da macht View of Thing tatsächlich Sinn, um so ein bisschen das koordinieren zu können, und bei den einzelnen Items, um es fein abzustimmen, macht dann Older Things noch Sinn, um da ein paar Sachen noch zu sehen. Das ist aber jetzt reine Perspektive auf T-Mog, ne, und lässt natürlich außer Acht, ob die Items gut für einen sind, wenn die im Katalysator sind, ob die Stats passen, das ist unabhängig, das solltet ihr natürlich bei eurem Main vielleicht vorrangig gucken, den ihr vielleicht auch im Endcontent spielt, aber das ist jetzt rein aus einer Perspektive eines Transmog-Sammlers, und da geht es ja dann auch um so ID-Geschichten, die ich ja unter anderem auch sammle. Genau, also das ist das eine, was ich euch zeigen wollte, ein sehr praktisches Tool, und das andere, was ich vorhin auch angeschnitten habe, war ja hier unter Auktionen quasi, und dann haben wir hier noch eine Option, wo wir dementsprechend T-Mog suchen können, beziehungsweise auch andere Sachen, wir können auch Missing Mounts gucken, ist jetzt bei mir ein bisschen ein schlechtes Beispiel, ich habe keine Mounts, die ich noch brauche, die ich mal haarkaufen kann, ebenso Pets, auch Toys gibt es bei mir nicht, und dann gibt es natürlich hier noch Rezepte, und da gibt es irgendwas mit extra Pets, ah, okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie angeguckt, und dann haben wir hier noch ein Tool, was ich auch noch nie benutzt habe, ich bin eigentlich zu 90% hier in den Appearance unterwegs, manchmal lädt es auch relativ lang, ah, da seht ihr irgendwie Goldwerte, die ich auf den Chars jetzt noch habe, oder? Okay, das muss ich mir auch noch mal genauer anschauen, gut, aber was, wo ich unterwegs bin, ist hier quasi Appearance Source, und dann gibt es Appearance ID, und so wie ich das verstanden habe, sind das die einzelnen Aussehen, ne, die man sammeln kann, das ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen misleading, würde ich sagen, weil wenn ich unter IDs rede, dann, ähm, ist das hier der einzelne Item ID, und ja, aber das ist genau andersrum hier, hier sind es quasi die Aussehen, und Source ist quasi, wenn ein Item verschiedene IDs hat, deswegen, wie gesagt, finde ich das ein bisschen komisch hier, und man jede ID sammelt, dementsprechend, wenn ihr hier quasi reinklickt, und vorher eure Daten, die ihr auch einmal quasi hochgeladen habt, dann, ähm, seht ihr quasi hier, was euch fehlt, ne, dann habt ihr verschiedene Optionen, die ihr auswählen könnt, ähm, ja gut, ihr könnt natürlich immer den höchsten Preis euch anzeigen, ähm, also das teuerste, ich mache es natürlich immer so, das günstigste nach vorne, weil das sind halt die Schnapper, dann natürlich wählt ihr eure Region aus, All macht eigentlich keinen Sinn, weil dann sind so Sachen wie US-Server auch dabei, und ihr könnt auf US-Server nicht kaufen, wenn ihr auf EUs spielt, also es macht gar keinen Sinn, hier All einzugeben, braucht ihr auf jeden Fall EU, dann könnt ihr include, ähm, quasi EU, also das ist ein russischer Server, bei russischen Servern ist das Problem, ihr könnt euch nur einen Char erstellen, wenn ihr das kyrillische Sprachpaket drauf habt, und, ähm, ihr könnt dann aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich zwei Accounts habt, ähm, mit dem russischen Sprachpaket, könnt ihr dann nicht mehr auf, ähm, quasi nicht russische Server einloggen, und mit einem, wenn ihr das russische Sprachpaket nicht drauf habt, könnt ihr nicht auf russische Server einloggen, also ihr könnt dann nicht zeitgleich auf einem PC, auf beide einloggen, und euch quasi Gold rüber handeln, beziehungsweise die Items rüber handeln, da braucht ihr immer noch eine dritte Person, ist ein bisschen nervig, es geht zwar, wenn man weiß wie, aber auf russischen Servern zu kaufen, ist immer blöd mit diesem kyrillischen Sprachpaket, deswegen kann man die hier quasi mit reinnehmen, oder nicht, müsst ihr selber wissen, ob ihr das machen wollt, ne, ist halt ein bisschen umständlicher, aber oft hat man auf russischen Servern ziemlich gute Schnäppchen, äh, dann hat man hier quasi, ähm, die Option mit All Reams, ist jetzt irgendwas verändert, ah, ich glaub dann, ich weiß nicht, was er dann macht, ich glaub, wenn du All Reams drin hast, dann sind die russischen automatisch mit drin, ja, äh, dann kannst du hier Only Cheapest einstellen, äh, find ich nicht so schlecht, vor allem wenn ihr viele Sachen habt, dann ist es ein bisschen ausgedünnt, weil ihr wollt ja eigentlich nur das günstigste Angebot sehen, wo es am zweitgünstigsten ist, ist ja egal, mittlerweile kann man ja Gold auf jeden Server rüberhandeln, beziehungsweise die Items auch wieder zurückhandeln, dann hier Don't Have, ähm, ich weiß jetzt nicht, warum man das nicht reinmachen sollte, dann werden halt die ganzen Items angezeigt, die man noch braucht, und bei, ähm, ja, und bei Have, eigentlich, die ich hab, aber da ändert sich jetzt eigentlich nichts, keine Ahnung, also eigentlich zeigt es nur die Sachen an, die man nicht mehr braucht, und das ist ja das Relevante, ne, und dann könnt ihr hier noch nach, äh, Dings quasi, nach der, ähm, Qualität sortieren, das, ja, ist eigentlich relativ egal, was ihr damit reinnehmt, außer ihr sagt, ich wollt jetzt nur, ähm, quasi rare, oder epische Sachen anzeigen lassen, aber, ich persönlich, ähm, seh das ja so, jedes T-Mog ist, ist ein T-Mog mehr für den Counter, und ob das jetzt blau, grün, oder weiß ist, ist mir relativ wurscht, Amatyp könnt ihr auch noch auswählen, und was ich aber nicht schlecht finde, muss ich sagen, ist dieser Expansion Filter, vor allem, wenn ich zum Beispiel bei mir Classic eintrage, dann sind es halt nur diese ganzen removeden Sachen, ne, dann sehe ich gleich auf den Blick, okay, ist irgendein günstiges removedes drin, oder ihr sagt, ich will jetzt nur die aktuellen, ähm, Raid Items drin haben, ne, dann nehmt ihr hier Dragonflight rein, praktisch fände ich noch, auch wenn man es nach Patchen filtern könnte, das geht aber leider nicht, ne, und was dann noch eine praktische Option ist, ist Crafted Gear, dass man das rausnehmen kann, und, ähm, das kann sinnig sein, weil oft sind manche Crafted Items relativ teuer drin, da könnt ihr euch aber auch jemanden suchen, der es craften kann, und dementsprechend könnt ihr euch vielleicht das ein oder andere an Gold sparen, indem ihr die Matz kauft, jemanden sucht, der es craften kann, und kauft es nicht im Auktionshaus, aber das nur so am Rande, aber ich habe gar nicht mehr großartige Crafted Gear mit in der Liste, genau, das sind soweit die Sachen, äh, die ich persönlich nutze, und, äh, wo ich mir jetzt auch ein bisschen auskenne zu, ich dachte mir, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, die Tools sind ganz nett, aber wie gesagt, die Seite ist viel, viel umfangreicher, und die meisten Sachen nutze ich nicht, deswegen, ähm, ja, macht es auch keinen Sinn, dass ich da jetzt irgendwas vorstelle, guckt einfach selber ein bisschen durch, ob das ein oder andere dabei ist, was für euch praktisch ist, und ja, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende von dem kleinen Video, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen, so ein bisschen effizienter noch an die T-Mock-Teile zu kommen, ich persönlich werde jetzt die letzten paar Chars beim Druid hier unten noch fertig machen, habe ich mir jetzt extra noch aufgehoben, dass ich es auch zeigen kann, sobald ich nämlich alles abgegradet habe, ne, macht es natürlich keinen Sinn mehr, dann seht ihr das natürlich auch nicht, und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle, sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir das gerne in die Kommentare, und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder, euer Tila, bis dahin, ciao!